Ich bin Chris und ich bin Hannes. Es ist ein super Publikum, man hört es bis hoch grölen und jubeln und es ist schön, wieder zurück zu den Wurzeln zu kommen, hier nach Trieberg auf den Weihnachtssauber. Ich bin zum ersten Mal dabei und ich will sagen, super Ambiente, gefällt mir sehr gut und mit Hannes macht es noch mehr Spaß. Geile Location hier, oder? Mega Location, Natur, Pur, Eis, Wasser und das Gegenelement, Feuer. Und jeder, der das leider im Fernsehen angucken muss, der hat echt was verpasst, denn die Leute, die hier sind, haben richtig Spaß und kriegen es live mit, im Gegensatz zu euch. Ihr habt was verpasst, kommt noch vorbei, ansonsten nächstes Jahr. Geile Location Geile Location Geile Location Untertitelung des ZDF, 2020